Oh, bist du bei mir? Hi Schatz Hi Ah, der Typ ist auch bei uns Ah, hier ist ein Generator Ja, das ist aber schon Dann mach den, oder? Nee, das ist Nils, oder? Oh, er ist wieder da, ja Der ist voll, suchen anderen Nee, jetzt ist er nicht mehr voll, hä? Oh, was war das? Ja, was denn? Wer hat denn das jetzt gemacht? Ich nicht, ich bin woanders hinbegangen Deswegen hab ich ja gesagt, wir stehen bleiben Oh, fuck, das ist hier dieses, äh, die Hexe Hexe? Ich hab Glöckchen gehört, ja, ich hab Glöckchen gehört Dieser Geist meine ich, nicht die Hexe Ja, der Geist Musst du weiter, bitte? Hallo? Hä? Machst du weiter? Ja, ich steh hier gerade Ich hör die ganze Zeit Herzschlag, deswegen Ich hör nur die Musik Nee, ich hab die ganze Zeit Herzschlag Der muss irgendwo hier sein Ich glaub, der klopft doch gerade was kaputt Oh, oh, oh Ja, er ist hier Ja, hast du ihn gesehen? Nee, das warst du gar nicht, ne? Ich hab ihn gesehen eben Stehst du am Generator da? Ja, ne? Ich bin mit der Taschenlampe hier Ich weiß nicht, wo du bist Ich bin jetzt am Lerner-Auchern Ich bin jetzt am Lerner-Auchern Ich bin jetzt am Lerner-Auchern Fuck, 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 ein Stückchen davor Sorry Alle lassen sich kaputt gehen Ja, normalerweise nicht, aber ich bin gerade sowas von, äh Ja, er hat mich Nervös Ah, da hinten ist Dass der hier gleich kommt Wo ist da hinten? Ist durch? Ach da, ja, ich sehe es Geht zu euch, der geht zu den beiden, die da hinten sind Ja, er hat sich unsichtbar gemacht in eure Richtung Achtung Ja, geil Ja, er hat einen Nils Ja Ich stehe noch in deiner Nähe hinter dem Baum Ne, er ist jetzt hinter dem anderen hinterher, oder? Das ist Nils Ah, das ist Nils Nils, du bist das Ich sag ja, ich stehe noch in seiner Nähe Du hast die Hand, du hast die Hand Ah, was war das denn eben? Du bist, du hast schlecht gespielt Ja Ah, lässt er den jetzt als Opfer landen, weil er mich gesehen hat, oder was? Ja, er steht bei uns beiden hier Scheiße Er wartet bei ihm Das ist kacke, ey Jetzt könnte er mich holen Ist er noch da? Moment, ja Ne Ach, du bist schon Sag das doch Er hat mich runtergeholt, scheiße Der kommt hinter dir her, pass auf Säger, hilf mir Ja, ich, ich komm Ne, der las wollte ihn ab, der las wollte ihn ab Der las wollte ihn ab, der las wollte ihn ab Da warst du, jubel Achso Hier bin ich Boah, leck mich, ey, das ist total assi, ey Warte, warte, warte Nein, mach nicht Komm zu mir, komm zu mir Ja, toll Du musst das jetzt machen Ja, der hat den jetzt aufgehangen In der Zeit hätte man mich Das war zu spät Ich hab da die ganze Zeit Wir heilen dich jetzt gerade zu zweit Er kommt, er kommt Ja, aber er kommt jetzt Er hat uns gleich alle Lass mich lieben Oh, wenn du dich nicht immer bewegen würdest, ne? Ja, ich wollte dich retten Aber danke, dass du abhaust Ja, jetzt kann ich dich nicht mehr retten Das stimmt Ich lag doch auf dem Boden Ich stand zwei Meter neben dir Noch nicht mal Ist der jetzt hinter dem anderen her? Ist der noch bei dir? Er ist bei mir, er ist bei mir Rettet Nils, rettet Nils Soll ich Nils retten? Wenn er bei dir ist Nils schon gerettet Bin da Halt durch Ja, nimm den Hallo Wieso hakt ihr dich nicht aus? Was ist das für ein Scheiß? Warum müssen die Leute immer abhauen? Ach, du hältst dich selber Okay Ja, ja Der will mich gar nicht, wär was? Mach mal Hier vorne ist ein Generator Aber Oh oh Nein, der hat mich gesehen Der hat mich gesehen Oh, ich renne noch zum Haken Nicht, Idiot Na Nein Oh, ich war nicht schnell genug Ey, die ist so lahmarschig dann Hat sie dich da am Haken oder wo? Ja Nee, so schnell kann ich nicht mehr Der geht zu dir Pass auf Zwei Leute laufen alle in deine Richtung Keiner zu mir Mist Oh, hier ist einer Hast du das? Nee Oh, nee, ne Der ist schon wieder hinter mir Dieser dämliche Arschloch Ey, das macht keinen Spaß mehr so Der kommt zu dir Wer ist dir? Äh, Lars Ist er noch in der Nähe? Er hat mich auch gemacht Er ist da, wo der Generator Ja, die rennen jetzt Richtung Bagger irgendwo rum Jetzt sehe ich sie nicht mehr Ich lieg quasi hinterm Bagger Ah, nee, jetzt kommt der mich holen Der Drecksfall Ach, scheiße Ja, ich bin tot Macht, macht was für euch Macht was für euch Macht euch ne Packung fürs Gesicht oder so Eine Gurkenmaske Achso, ja doch Nee, ich muss doch kämpfen Aber das halte ich ihr nicht Ja toll Ich bin soweit weggelaufen Geh, ich komme wieder Wo du so mal Ja, weil ich habe auch Ich bin so sowieso Wer mich jetzt hat Dann ist es auch Ja, ich bin dann auch Ja Ich bin dann auch der Schur Aber Ja Ich hör, pass auf Der ist neben euch irgendwo Der kommt zu mir gerade Kommt zu mir Jetzt kann ich hier nicht mehr sehen Der ist an mir vorbei gerade Oh, ist ne Spinner Hä? Achso Ich dachte, du meinst zum Spiel Nitz hat gerade in Horror bei sich im Zimmer Ja, ich sehe es Der bleibt da stehen Und lässt mich hier vorrecken Der ist aber bei mir wieder Er ist erstarrt Nils? Also gut Er steht bei Ja, der ist ja im Campen Ich habe ihn zu sehr geärgert Ja, der weiß ja Dass du jetzt tot bist Dann auch Das ist ja Ja, aber das sind immer Diese Lutscher von Killer Weißt du Die nichts anderes können Als campen Der guckt mir jetzt dabei zu Ich meine, gut Ich habe jetzt nochmal 880 Punkte bekommen Aber Weil es ist dann was Ist einfach nur schwach Für den Killer Ganz ehrlich Scheiße Danke Nils Ich bin tot Hört der mich überhaupt noch? Oh, der ist bei dem Bei dem Dem die Scheiß so viel Glaube ich Hier ist es gerade sehr laut Ja, er ist hier Ist direkt hier Oh Hat er sie gesehen? Ihn? Hier rum Ihn, sie, er, sie, es Ihn, sie, er, sie, es Nein, warum hat er mich jetzt Sie ist gerade aus Einen Terrorbereich raus Also sie in Bezug auf Clodet Macht einen Generator Nett Ja, ich sehe wo du Aufgehangen wirst Oh, hier Dingels schon Das ist nicht gut Ah ne, der hat Nils jetzt erwischt Der wird sich wahrscheinlich Auch nicht gewehrt haben Ne Der kämpft gegen die Spinne Aber er kommt jetzt irgendwie rüber Er, sie, es Es ist ja männlicher und weiblicher Name Aber man weiß es ja nicht Kommt Ja toll, kommt zum Nils Ja super Und der bleibt dann da stehen Wenn er ihn runtergeholt hat Geil Ja, Nils ist ja tot Ne, noch nicht Du bist tot Nein, Nils ist auch tot Weil er sich nie bewegt hat Ah Ist aber Ja, ich wollte gerade sagen Ist aber kein Profi Was jetzt nicht Schlimm gemeint ist Oder so Ist aber gerade direkt Weggelaufen Und haut einfach so die Paletten um Oh geil Und macht jetzt hier ein Auf Michael Myers Das sah gerade cool aus Der Back Hilfe, wo ist hier hin? Weggeflogen Scheiße Komm, find den Find den Die Falltür Komm Ah, fuck Das ist so ein Arsch Der hängt ihn direkt auf Wie groß war die denn? Ja, nicht so groß Aber es war eine Spinne Ja, aber die tut dir dann Die hat mehr Angst vor dir Nicht so groß Nicht so groß Aber es war eine Spinne Ja, hallo, ne? Was war die? Ich hätte auch keinen Sinn So fühlt es mich Kämpfen Ach ne, das ist ja der letzte Ich kenne mich nur voll Wenn überhaupt Hä? Was war das denn für eine Einstellung gerade? Was? Ja, der Killer guckte doch mal Schön in die Kamera rein Zum Schluss Mann, da ist jemand In meinem Getränk und so Hallo Ne, da geht es nicht rein Wieso kann ich hier nichts schreiben? Was ist das für eine Scheiße? Muss ich extra noch da drauf geben? SWF? Was ist SWF? Was ist das für eine Spinne? Ach so Ach so, er will mit uns rein Oder wie? Wer will mit uns rein? Ja, er schreibt zur Weife Friends Da hat er nach gefragt Ja Ja, er ist Deutsch Ach so Ah yes, ah Deutsch Ach so Ach so